Nachdem Ryoda den letzten Zug verpasst hat, weil er bis spät in die Nacht gearbeitet hat, beschließt er, ein Nickerchen zu machen. Später wacht er durch ein sehr lautes Geräusch auf, von dem er annimmt, dass es sich um den Lärm eines Videospiels handelt. Er möchte nicht aufstehen, weil er seinen Schlaf genießt. Aber leider muss er wirklich stehen. Ein kleines Mädchen steht vor ihm, schaut ihn seltsam an und fragt sich, ob er wirklich ein Mensch ist. Er versteht nicht, was dann passiert, und um ehrlich zu sein. Er versucht nicht einmal, es zu verstehen. Ihn interessiert mehr das Nickerchen, das er macht. Aber wenn sie ihn dort sieht, fragt sich das Mädchen immer wieder, was er ist und wer er ist. Sie hat gerade einen Schleim getötet und der Schleim hat ihn als Belohnung fallen lassen. Das ist das erste Mal, dass sie eine so seltsame Belohnung bekommt. Und angesichts ihres Lebensstils in dieser Welt geht sie davon aus, dass der Schleim auf keinen Fall einen Menschen für sie fallen lassen würde und es höchstwahrscheinlich ein riesiges Stück Fleisch wäre. Sie beschließt, dass die einzige Möglichkeit, ihre Zweifel auszuräumen, darin besteht, Ryoda zu töten und herauszufinden, wer er ist. An diesem Punkt wird Ryoda klar, dass er, wenn er weiterhin so tut, als würde er schlafen, ein Stück Fleisch für diese junge Dame bekommen wird. Er öffnet die Augen und fragt sie, was sie tut. Sie schreit, weicht von ihm ab und fragt ihn, was er ist. Für ihn sieht diese Umgebung wie ein Videospiel aus, aber soweit er sich erinnern kann, ist es nicht so, dass er ein Spiel spielt, bevor er ausschläft. Also fragt er sich, was passiert. Er fragt das Mädchen, wie er dorthin gekommen ist, und sie erzählt ihm, dass er von einem Schleim fallen gelassen wurde. Er fragt sie, was sie damit meint, und sie geht davon aus, dass er Witze machen muss, wenn er darauf besteht, dass er nicht versteht, wie diese Welt funktioniert. Doch später merkt sie, dass er keine Witze macht und es nicht versteht. Sie erzählt ihm, dass sie auf Lulu Stufe 1 stehen und dass sie in Lulu Belohnungen erhalten, indem sie Schleime töten. Sie sagt, dass die Schleime in Level 1 Sojasprossen fallen lassen. Und das war es, was sie erwartet hatte, nachdem sie den Schleim getötet hatte. Doch plötzlich sah sie, dass der Schleim Ryoda fallen gelassen hatte. Er fragt sie, ob Schleime nur Sojasprossen fallen lassen. Aber sie sagt ihm, dass es nicht nur Sojasprossen sind und dass alles auf dieser Welt von Schleimen fallen gelassen wird. Und es gibt keine andere Möglichkeit, etwas herzustellen, als Schleime zu töten. Sie hat keine Ahnung, ob es möglich ist, dass der Schleim einen Menschen fallen gelassen hat. Da er sie immer noch nicht versteht, zeigt sie ihm, wovon sie spricht. Plötzlich erscheint ein Schleim vor ihr und sie geht zunächst los, um den Schleim anzugreifen. Doch der Schleim trifft sie etwa zweimal und sie verliert mehrere HP. Okay. Ryoda macht sich Sorgen um sie, aber sie sagt ihm, dass er sich keine Sorgen machen muss und dass es ihr gut geht. Schließlich gelingt es ihr, den Schleim mit dem Hammer an ihrer Hand zu treffen. Der Schleim fällt und verschwindet, dann erscheinen Sojasprossen, allerdings in sehr geringen Mengen. Ryoda versteht schließlich, wie es funktioniert. Er fragt sie, ob sie sicher ist, dass sie nicht in Japan sind. Aber sie fragt ihn, was Japan ist. Er muss sicher sein, dass er zumindest noch am Leben ist. Also fragt er sie, ob sie auf der Erde sind. Aber sie weiß auch nicht, was er mit der Erde meint. Sie geht immer wieder den gleichen Korridor entlang und es langweilt ihn. Er fragt sie, ob sie nicht zu einer anderen Stufe übergehen kann, und sie teilt ihm mit, dass sie sich auf Delule Stufe 1 befinde und weder über die Fähigkeiten noch die Kraft verfüge, um auf Stufe 2 zu gelangen. Da ihre Dropstufe und ihre normalen Werte zu niedrig seien. Er fragt sich, wie sie herausgefunden hat, dass ihr Abfallniveau und das Normalniveau zu niedrig waren, und fragt sie, wie sie davon erfahren habe. Sie bringt ihn zu einer Tafel dort in der Nähe und sagt ihr, dass der einzige Weg, dies herauszufinden, darin besteht, die Statistiktafel zu verwenden. Sie legt ihre Hand auf die Statistiktafel und die Tafel zeigt alle Statistiken an. Ihre Stärke liegt auf Stufe C und ihre HP auf Stufe D. Abgesehen davon ist auch alles andere auf dem Spielbrett auf Stufe Z. Und wenn Ryoda das Spielbrett bekannt vorkommt, erkennt er, dass es dasselbe Spielbrett ist, das auch in Verwendet-Wurde-Videospiele. Und als er es genauer betrachtet, sieht er eine weitere Seite auf der Tafel. Er fragt sie danach und sie führt ihn zu Seite 2. Seite 2 enthält ihre Drop-Statistik. Der Drop-Wert bestimmt die Stärke der Drops, die sie hat, und alle ihre Werte sind auf Stufe E, was bedeutet, dass sie keine höheren Erlöse als normal erzielen kann. Sie beklagt sich darüber, dass sie nicht auf Level 2 vordringen kann und deshalb ihren Lebensunterhalt auch auf sehr niedrigem Niveau bestreiten muss, weil sie ihre Drops nicht verkaufen kann. Sie fragt ihn, ob er auch seine Statistiken überprüfen möchte, da er bereits in dieser Welt ist. Es würde ihm nicht schaden, sich so zu verhalten wie sie. Also beschließt er, auch seine Statistiken zu überprüfen. Sie bringt ihm bei, dass er seine Hand an eine kreisförmige Stelle legen soll, und wenn er dies tut, zeigt die Tafel seine Statistiken an. Die Tafel zeigt, dass alle seine Werte der Klasse F angehören. Er hat weder Kraft noch HP. Sie ändert es auf Seite 2, und als sie das tut, sieht sie, dass alle seine Werte in der Klasse S liegen. Sie zählt ihr Alphabet von dort bis S und geht davon aus, dass S der niedrigste Wert ist, den eine Person erreichen kann. Also sagt sie ihm, dass er dort drüben auch niedrig ist. Er fragt sie, ob sie sicher ist. Im Video G geht davon aus, dass er normal spielt. Level S ist immer höher als Level A. Sie besteht darauf, dass es das höchste ist, das sie je gesehen hat. Also fragt er, ob er wenigstens einen Schleim töten könnte und er kann sehen, was der Schleim fallen lässt. Er schaut sich um und sie sieht, dass er nach einer Waffe sucht. Sie bietet ihm ihre eigene Waffe an und er versucht sie dankbar anzunehmen. Doch sobald er die Waffe berührt, stellt er fest, dass die Waffe zu groß für ihn ist. Es belastet ihn und er kann sich nicht bewegen. Er fragt sich, wie schwer die Waffe sein könnte. Und als sie auch merkt, dass er nicht stark genug ist, das zu tragen, schaut sie sich um, findet etwas leichteres für ihn und gibt ihm einen Bambusstock. Nachdem er den Stock eingesammelt hat, wartet er darauf, dass Schleim herauskommt. Als Schleim herauskommt, lenkt sie seine Aufmerksamkeit auf ihn und er dreht sich um, um gegen den Schleim zu kämpfen. Zunächst fällt es ihm schwer, doch schließlich gelingt es ihm, den Schleim zu durchstechen. Als der Schleim verschwindet, lässt der Schleim einen riesigen Sojaspross für ihn fallen. Die junge Dame ist sehr schockiert und auch er ist begeistert. Er sagt ihr, dass Level S offenbar das Höchste sei und fragt sie, ob sie schon einmal jemanden mit Level S gesehen habe. Sie sagt nein. Er fragt sie auch, ob sie schon einmal gesehen hat, wie ein Schleimtropfen sprießt, und sie verneint ebenfalls. Das bekräftigt seine Überzeugung, dass er tatsächlich etwas Besonderes ist und über einzigartige Fähigkeiten in dieser neuen Welt verfügt. Sein Magen macht hungrige Geräusche. Sie hört die Geräusche auch und sagt ihm, dass sie im selben Gebäude essen sollten. Sie macht ihr Feuer und kocht die Sojasprossen, die sie bekommen hat. Sie serviert ihm das Essen und er genießt es. Er bemerkt, dass Sojasprossen mit Chili zu Bier passen, und sie fragt sich, ob er recht hat. Er fragt, ob sie noch nie Bier getrunken hat. Sie erklärt ihm, dass ihr Lebensstandard in dieser Welt davon abhängt, wie viele Tropfen sie bekommen. Ihre Tropfen sind niedrig. Sie serviert ihm eine Flüssigkeit, und als er sie trinkt, stellt er fest, dass sie sehr warm ist. Er ist so froh, dass er anfängt zu weinen. Sie geht davon aus, dass sie ihm etwas angetan hat, und als sie danach fragt, erklärt er, dass es schon eine Weile her ist, dass er jemals etwas Warmes mit einer anderen Person gehabt hat. Er arbeitet zu viel auf der Erde und arbeitet sogar Überstunden. Deshalb kommt er spät nach Hause und kauft Snacks für das Abendessen. Er arbeitete so hart, dass er sogar krank wurde. Aufgrund der Zeit, die er im Krankenhaus verbrachte, musste er mehr arbeiten und verpasste an diesem Tag den letzten Zug, weil er zu spät arbeitete. Und er beschloss, ein Nickerchen zu machen. Dabei befand er sich in dieser Welt. Er kommt zu dem Schluss, dass alle seine Bemühungen erfolglos bleiben. Sie geht, um ihn zu umarmen. Sie erzählt ihm einen beliebten Kommentar, dass es für einen Menschen keine Möglichkeit gibt, ohne Belohnungen zu arbeiten, und dass das Warten auf seine Belohnungen bedeutet, dass seine Belohnungen riesig sein werden. Selbst wenn er ohne Belohnung stirbt, wird er in ein Leben voller Freude reinkarnieren und sich an seinen früheren Werken erfreuen. Ihre Worte ermutigen ihn. Er fragt, wo sie schlafen wollen. Und sie sagt, dass es in der Stadt Lodges gibt. Sie sagt ihm, dass sie sich keine Wohnung leisten kann, also schläft sie an derselben Stelle, hofft aber, dass sie sich eines Tages eine Wohnung leisten kann. Er versucht zu gehen, aber sie gibt ihm den Bambusstock und sagt ihm, dass er ohne Waffe in dieser Welt nicht überleben kann. Er verspricht, ihr alles zurückzuzahlen, was sie für ihn getan hat, und fragt nach ihrem Namen. Sie sagt ihm, dass sie Emily Brown ist und dass sie immer auf diesem Niveau sei. Und wenn er sie treffen möchte, kann er dort nach ihr suchen. Er sagt ihr, sein Name sei Sato Ryota, aber es fällt ihr schwer, seinen Namen auszusprechen, und sie nennt ihn Yoda. Er geht in die Stadt und versucht zu verstehen, wie es in dieser Welt funktioniert. Sie schicken Piloten. Die Sojasprossen, die er bekommen hat, sind 200 Piloten. Die Miete eines Zimmers kostet 2000 Piloten pro Nacht, und selbst die Kleinigkeiten sind teuer. Nachdem er die Preise erhalten hat, kehrt er nach Delule zurück. Zuerst hatte er das Gefühl, dass es ihm aufgrund seines Levels schwer fallen würde, aber seine S-Klasse-Drops machen es ihm leicht, seine Drops zu einem hohen Preis zu verkaufen. Nachdem er drei Tage lang gearbeitet hat, mietet er schließlich eine Wohnung. Er lädt Emma dorthin ein und zeigt ihr das Haus. Er nennt ihr den Preis und sie ist so begeistert, dass er sich in drei Tagen so viel leisten kann. Er gibt ihr den Schlüssel und sie fragt sich, wozu er gut ist. Er sagt ihr, dass er ihr das Haus schenkt, um sie für den Eintopf zu würdigen, den sie ihm gegeben hat. Sie kann ihren Ohren nicht trauen, weil es ihr zu viel vorkommt. Sie versucht es abzulehnen, aber er weigert sich. Er versucht zu gehen, aber sie sagt, sie werde ihn schmoren lassen. Er bittet um eine Tasse Eintopf, aber sie sagt, sie werde ihn für immer schmoren lassen. Er erkennt, dass sie ihn einlädt, bei ihm zu leben, und er nimmt das Angebot an. An diesem Tag geht er nach Talluloo. Als er zurückkommt, geht er, um seinen Erlös zu verkaufen, und die Dame dort sagt ihm, dass Talluloo Level 2 Karotten fallen lässt. Und es gibt sogar einen neuen Dungeon namens Nahonium, dessen Abwurf die Neptuner Gruppe zu untersuchen versucht. Sie bittet ihn auf ein Bier, aber er lehnt ab und kehrt nach Hause zurück. Zu Hause behandelt Emily ihn so gut. Sie hat das renoviert das Haus, und sie serviert ihm Essen. Sie erzählt ihm, dass die Neptun-Gruppe herausgefunden hat, dass der Nahonium-Dungeon nichts fallen lässt. Trotzdem geht er am nächsten Tag dorthin, um nachzusehen. Er wird mit einem Skelett konfrontiert, aber es fällt ihm schwer, es zu töten. Zum Glück fällt eine Mauer darauf und es stirbt. Das Skelett lässt einen Samen fallen und als er ihn hält, hört er eine Stimme, die ihm sagt, dass seine HP um eins gestiegen sind. Es geht weiter und er steigert weiterhin seine HP. Er geht nach Hause, um es Emily zu sagen, und sie sieht auch, dass seine HP steigen. Sie begleitet ihn in den Kerker, aber als sie ein Skelett tötet, fällt nichts herunter. Und als sie versucht, seinen Samen zu berühren, rutschen ihre Hände hindurch. Nachdem er mehrere Male darüber nachgedacht hat, wird ihm klar, dass der Dungeon nur für die S-Klasse-Stufe gedacht ist und nur sie ihn berühren können. Nachdem er eine Weile in diesem Dungeon gearbeitet hat, beschließt er, auf Delule Level 2 zu gehen. Er wird mit einem Schleim konfrontiert, der ihn so gut trifft, aber aufgrund seines HP-Levels verspürt er keine Schmerzen. Schließlich tötet er den Schleim und der Schleim lässt eine sehr große Karotte fallen. Er trifft auch einige Arbeiter der Stufe 2, die ihn wegen seiner niedrigen Stufe verspotten, und er findet eine Dame mit Hasenohren hinter sich. Die Dame schlägt ihm den Kopf und sagt, dass sie niedrige Level hasse, und geht. Am Abend kehrt er nach Hause zurück und zeigt Emily, was er bekommen hat. Er erzählt ihr, dass er sie an diesem Tag für 8000 Piloten verkauft hat, und sie ist froh, dass er gut verdient. Sie nimmt die restlichen Karotten zum Kochen und sie hören ein Klopfen. Ryota geht zur Überprüfung und es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Besucher um dieselbe Dame mit Hasenohren handelt, die er im Kerker getroffen hat. Sie schlägt ihm erneut auf den Kopf und sagt ihm, dass sie niedrige Level hasst. Er fragt sich, ob sie ihn deshalb besucht hat, und sie sagt ihm, dass sie ihn liebt.